In Israel werden weitere Städte und Gemeinden im Grenzgebiet zum Gazastreifen und zum Libanon evakuiert. Im Süden wurde bereits die 34.000 Einwohner zählende Stadt Derod geräumt. Im Norden sind die 22.000 Bewohner der Stadt Kyriach-Monah aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Wer geht, bekommt vom Staat ein Hotel an einem sichereren Ort bezahlt. Seit Beginn des Krieges wurden mehr als 120.000 Israelis zu Flüchtlingen im eigenen Land. Währenddessen verstärkte die israelische Armee ihre Luftangriffe auf den Gazastreifen. Das Ausschalten der Hamas-Raketenbasen ist jedoch schwierig. Die Terrororganisation hat sie neben Kindergärten, Schulen, Moscheen und UN-Gebäuden platziert. Nach palästinensischen Angaben starben durch die israelischen Luftangriffe mehr als 5.000 Menschen. Über 15.000 seien verletzt worden. Die Kämpfer der Hamas haben nach neuen Angaben mehr als 220 Menschen aus 40 Ländern in den Gazastreifen verschleppt, darunter viele Frauen und Kinder. Sie werden von den Islamisten als Geiseln gehalten. Ihre Angehörigen haben gegen die Hilfslieferungen in den Gazastreifen protestiert. Die Familien erklärten, schwerkranke, verwundete und angeschossene Geiseln würden von der Hamas wie Tiere unterirdisch und unter unmenschlichen Bedingungen gehalten. Gleichzeitig verwöhne die israelische Regierung die Mörder und Entführer mit Nahrung und Medizin. Die Angehörigen machen mit Veranstaltungen und Demonstrationen auf das Schicksal der Verschleppten aufmerksam. Noch immer sind hunderte Leichen des Massakers im Süden Israels nicht identifiziert. 1.300 Israelis wurden von den Hamas-Kämpfern ermordet. Lastwagen bringen ihre sterblichen Überreste zum forensischen Institut nach Jaffa. Die internationalen Experten fanden bei der Untersuchung der Getöteten im Alter von drei bis zu 90 Jahren deutliche Anzeichen für Folterungen. Viele Körper, auch die der kleinsten Opfer, wurden enthauptet. Ein Elternteil und ein Kind wurden zusammengebunden und gemeinsam verbrannt. Der Leiter der Einrichtung, Dr. Chen Kugel, erklärte, er habe während seiner 31-jährigen Tätigkeit noch nie ein solches Ausmaß an Grausamkeit gesehen. Die israelische Regierung hat davor gewarnt, auf anti-israelische Falschmeldungen hereinzufallen. So berichtete die Hamas, eine israelische Rakete habe ein Krankenhaus im Gazastreifen getroffen und 500 Menschen getötet. Weltweit verbreiteten viele Medien diese Meldung ungeprüft. Unabhängige internationale Untersuchungen bestätigen jedoch die Version der israelischen Armee. Demnach ist ein Raketenstart von Terroristen des islamischen Dschihad missglückt. Das Projektil schlug auf dem Parkplatz des Hospitals ein. Das Krankenhausgebäude blieb fast unbeschädigt. Seit Kriegsbeginn sind nach israelischen Angaben rund 550 Raketen der Islamisten nicht in Israel, sondern im Gazastreifen niedergegangen und haben dort zahlreiche Menschen getötet und verletzt. Wir schauen noch aufs Wetter. Es bleibt weitgehend sonnig. In Jerusalem und Tel Aviv wird es bis zu 29 Grad warm. Das waren unsere heutigen Meldungen. Tagesaktuelle Nachrichten über den Gazakrieg finden Sie auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und Frieden. Machen Sie es gut!